Ja und ein herzliches Willkommen zurück zum Spiel und zwar zu Terraria Ja, es geht weiter Jetzt ist eigentlich nicht mal mein Mut mehr so taub hier Jetzt kann ich nicht wieder ganz normal reden, das freut mich natürlich Okay Ah ja Wir sind, oh am Spawn gespawned, nicht gut Ich weiß nicht, ob man es ändern kann, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Weil ich möchte ungern immer am Spawn spawnen Weil das ist ja immer Wie es aussieht da außen Wir brauchen noch mal so ein geiles Rope Ja, wir brauchen noch mal 1 Mal 6 gemacht 9 Ja Nein Fuck Achso, man kann da voller Easy hoch Okay Ja, so passt das doch Das ist so schon Okay, Tür auf Hallo 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 Wow Aua Aua Danke weg Help me Everybody Everyone No You can never touch me Yeah Ja geil Das war jetzt natürlich auch geil Hopp, komm her Warum hast du ab, hm Tust du wenigstens hier noch gekillt Komm her Äh Keil Voll krass Okay Ja Hä Was hat denn da jetzt grad zu wahr gemacht Ich hoffe das war auch nur so ein scheiß Zombie Heliga Heliga So der Baum geht noch Komm Komm, 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 komm Sehr schön Das haben wir jetzt auch noch abgebaut Zwischen, Zwischen Okay Wop, jetzt haben wir ab Jetzt wirds zu gefährlich Jetzt wirds zu gefährlich So Jetzt wollen wir uns nämlich so'n Hammer machen Den hier Haben wir schon Auch in Ordnung Okay Dann können wir jetzt hier die Wand hier im Hintergrund wieder weg machen Und ich sag's dir das einfach nur gut Weil die sieht echt kacke aus Oh nein, oder? Ja Nicht dann ernst, alter Komm schon Ernsthaft, alter Alter Was macht der denn? Boah, das ist so scheiße, der Typ Will der denn die ganze Zeit? Warum macht der das? Nur so aus Frage Der soll weg Das macht der dadurch eh wieder die Kürz, oder? Nein Junge Boah, alter Was soll die Scheiße denn? Eine Terraria ist ja voll der Abfuck jetzt gerade Was macht der denn? Alter, bist du blöd, Junge Stirb, du Arsch Ohne Spaß Dann kann man doch einfach nix gebrauchen Ja komm, hau ab Junge, der kann gern drauf gehen jetzt da draußen Auf den hab ich ja mal so gar keine Bock Gar kein Bock Ja, noch das Falsche ausgewählt So ein Lappenfisch, ey Warte jetzt, ich hab immer das Falsche ausgewählt Okay, wir machen so Doppeltür Ja Ja, vielleicht zwei So Ich weiß nicht, ob die auch auf den Schwierigkeitsgrad die Tür aufkriegen können Aber ich, ehrlich gesagt, möchte ich es nicht ausprobieren Das ist mir dann nämlich zu Scary Mary So Nein Mensch Das ist jetzt verarsche Das ist jetzt verarsche Hallo Ah, Leute, die kann halt, na, auch so Ja, hätten wir das natürlich früher gewusst, dann Also ich, beziehungsweise Dann hätten wir den schon früher haben können Aber egal Ist ja jetzt egal So Pils ist immer gut Genauso wie Holz Wir fangen hier schon mal an mit unseren Holzarbeiten So Auch nö Ja, das sind's auch solche Das ist auch so ein Monster Das kann aber sehr, sehr wenig Beziehungsweise gar nix Außer man, äh Ja Man fordert es wirklich richtig raus Ja Ausrüstbar Ja Ja, ne, kaufen wir das doch mal, oder? Oh, ne, muss das doch mal Okay, eine Tür noch Ach, hier gibt's noch schönere Fackeln, oder was? Patronium Fackeln Uh, die wollen wir uns gleich mal reinziehen Oh ja Oh ja Noch einiges schöner ist die Lappen da oben Ja, gut Ähm Eine Tür Kommt hier herein Kommt hier herein Ja Ja Doch, genau Hier Jo Doppeltür Sehr schön Ein voller Erfolg Ach, zorn die alle automatisch ab Komm, geh drauf, du Spatten, Alter Jetzt geh ich auch noch wegen dem fast drauf, ey, gibt's ja nicht Ja, da wird's wohl kaum mehr hochkommen Doch, aber egal So Okay, ich denke mal, hier wird niemals ein Viech hochkommen, oder? Zumindest kein normales Viech Dann wird hier oben unsere Baumfarmen auf jeden Fall sein So, ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt jetzt hier, aber Wird auch wirklich was wird mit unserer Baumfarmen Ja, geh, dein Tod, du kleiner Spacken Ja, okay, dann haben wir hier noch irgendwo Erde, beziehungsweise Dreck Holz war tatsächlich 31 Reichen zwar nicht aus, aber Okay Oh, sag da mal Das nervt schon ein wenig Ist ja genauso wie Gras in Minecraft, ey In der älteren Version, logischerweise Muss ich das echt abbauen Ehrlich jetzt Wenn ich das echt abbauen muss, dann aber Ehrlich Oh man Okay Okay, egal Ein bisschen schön, wenn wir es aber trotzdem haben Ja, nicht einfach nur so hingeklatscht Wir können uns ja auch ganz viel Zeit lassen mit dem Netzplay Ist ja eigentlich alles kein Ding Und die Zeit werden wir uns dann auch nehmen Logischerweise Okay Hier kann uns hin und hier kommt uns hin und hier Ja Ja, das wird ein schöner Aufgang Tja Jo, so passt das Wenn da jetzt nicht schon wieder irgendwas weg, äh rum backen würde Aber egal Ist wahrscheinlich eh gewollt Und das ist echt einfach nur ein Bug, aber Naja, ist jetzt auch egal Tja Sagen wir mal so, der wird jetzt umgebracht von diesen Slimes da Ist ja auch nicht grad schlecht Dann haben wir den wenigstens mal los und ne Sorge weniger am Hals Weil der, den brauchen wir eigentlich echt nicht Ich glaub, der gibt ja nur so kleine Tutorials Also Art Tutorials ab Und mehr macht der auch nicht Daher unwichtig Der kann ruhig drauf gehen Das wird wahrscheinlich gleich rausgehen, oder? Ne Ach, die kommt von da oben rein Ja gut, dafür hab ich halt Stein geholt Dass wir es dann oben zu machen können So Komm schon Nein Ah Oh, das war jetzt blöd, ey Ich hab an die Magic halt von Minecraft grad gedacht Okay Lass uns zuerst mal dieses 26 Steinblöcke platzieren Ich denke mal, es ist doch ganz wichtig jetzt gerade Wir brauchen eh bald wieder Fackeln, ja Dafür braucht Wer es noch nicht begriffen hat, man braucht diese Slimes hier für Fackeln Aus diesem Gel, was man aus dem rauskriegt Kann man eben schöne Fackeln machen So Ah Komm schon Go Oh, schöner Stein, oder? Oder kann man sich da auch anderen Steinen draus machen Bestimmt, oder? Oh, Ofen Brauchen wir sogar Steinwand Ja, okay, anscheinend geht es nicht, aber wir haben jetzt hier mal ein Ofen Oh, schön Grauer Ziegel, doch, gibt's Kam aus 2 Wie macht sich der denn? Sieht bestimmt um einiges geiler aus Oh, ja Auf jeden Fall nehmen wir grauer Ziegel Ach, der sieht ja mal umso viel besser aus, ey Hat aufgegeben, sehr schön Okay, dann könnten wir jetzt hier theoretisch noch den Hammer loslegen, genau Und hier dieses unnötige Zeugs der Weg machen Wie gesagt, am Anfang benutze ich immer nur hier schön für Schönerungsdinger Damit man nicht hässlich lebt, sondern einigermaßen normal So Noch die Holzwand reinsetzen Sieht das ganze doch nicht mal schlecht aus Ich muss, ich muss niesen So So, tut mir leid Ah, ich muss dich wirklich niesen Nicht gut Okay Jetzt brauchen wir hier zuerst mal die schönen Dinger hier, genau Ah, das muss weg Das nervt Genau Ich möchte hier einfach nur straight drüber laufen können Das läuft jetzt auch ganz gut gerade So Und Holz Können theoretisch auch hier unsere Baumfarm hinbauen Das wäre möglich Das ist auch eine schöne gerade Strecke ehrlich gesagt Aber Nein, ich möchte richtig abgesichert sein, die soll jetzt auch nicht riesengroß werden Der Decke keine Möglichkeit mehr die Tür aufzukriegen Das hört sich gerade echt so an, als würde er drauf gehen Müsst ihr doch mal das unternehmen Sieht so aus, als wäre er wirklich down gegangen Nein Und wie soll jetzt hier noch reinkommen Nein Ach doch, er hat überlebt Schade Ich mag den nicht Okay Jetzt brauchen wir hier nur solche Welche Ich glaube Ich glaube Ja, das müssen die hier sein Das brauchen wir eben paar So So Die dürften reichen So, jetzt machen wir hier schon den Boden mal alle So, wer noch nicht weiß, was ich vorhabe Auf diesen Dingern hier kann man drauf stehen und kann drauf runter Ja, das ist finde ich immer sehr praktisch Und wir brauchen jetzt eh Stein Und wenn man dann diese Dinger hier immer einsetzen kann Yeah Dann, ja, ihr könnt auch mal testen Passt perfekt Von der Höhe her Perfekt So, wir bauen hier den Stein noch ab Könnt ich von hier unten auch noch hoch springen Ja, kann ich sogar Könnten wir Ja, genau Okay, dann Setzen wir hier dorthin Sehr schön Okay Das hier noch So langsam wird es ein wenig düster So, ich würde sagen bei jedem zweiten Da reicht das doch Okay Ja, sehr schön Wir versuchen uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weiter nach unten zu bauen Schaffen wir jetzt von hier aus? Nein Wir müssen tatsächlich bis hier hin Aber habe ich mir eigentlich fast schon gedacht Wird doch ein bisschen Ah Okay, so weit hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir runter müssen Äh hoch müssen Wieder hoch müssen Aber kann man halt nix dran ändern, ne? Ist halt so Oh Oh Oh, wollte ich aber gerade schon sagen Komm Gib Fackeln So Noch einmal ein Lagerfeuer brauchen wir nicht, wir brauchen nur diese grauen Ziegelchen Okay, gib mir mal diese diese genau Boah, sind die teuer Puh Puh, also da Da Muss ich jetzt schon mal sagen, die sind schon teuer Das ist schon Nicht von schlechten Eltern So So Wir können jetzt hier unser ganzes unwichtiges Zeug rein tun Was wir jetzt gerade mal nicht brauchen Ui Ui Och lol, sieht geil aus So Brauchen wir gerade ehrlich gesagt alles nicht Zwei Holzhammer sind überflüssig Warum nur nicht, da brauchen wir auf jeden Fall nicht so viele Immer, dass wir hier noch ein paar auf Vorrat haben Hier so Ja, runter von unserer Burg Oh, kommst du eh nicht hoch Nicht mehr Okay, das reicht mir aber Ansonsten können wir hier Steine bauen bis zum geht nicht mehr So Holz brauchen wir noch So So Sehr schön So So Ich hab mir das wenigstens ungefähr gedacht So und jetzt lasst mal Ein paar Bäumchen pflanzen Okay Das gebiet wird sich dann natürlich noch weiter verlagern hier Aber das erste dürfte es reichen Hoffe ich Okay Ja doch Das passt schon So Ich möchte hier nur noch schnell mal Das so machen Das alles doppelt ist ein wenig Das sieht doch ein bisschen eher aus noch also eher echt aus als anders Na gut wir fangen hier schon mal an hier ein bisschen so rein zu bauen Das ist ja auch nicht schlecht Das würde jetzt eh nämlich nach und ja Wir brauchen eigentlich nur den Tag um Holz zu fahren und dann vielleicht später für ein paar Quests Also beziehungsweise für ein paar Postgegner Post Postgegner So wie lange nehmen wir schon auf Ach ganze 20 Minuten schon Ist mir gar nicht aufgefallen So schnell vergeht die Zeit Sehr geil Sehr geil Okay Ich würde sagen wir gehen hier noch so Das kommt noch weg So Dann Hoppala Wollte ich jetzt gar nicht Jetzt sind wir hier noch eine Fackel Wir machen das ganze auf der Seite und dann würde ich sagen Jetzt auch schon mal hier wieder Pause Auszeit Okay Steinblock, Steinblock Okay Jetzt hier noch eine Fackel dann schnell hingesetzt Ja Obwohl Mit dem könnten wir theoretisch noch ein bisschen weiter gehen und hier doch noch recht hier steigen Geines Ihr wisst ja stein werden wir auch brauchen Jetzt ist der schleim da gefangen Auch geil Ja das lohnt sich hier echt unten da kann man dann schön ein bisschen Stein fangen Oder Dreck oder was man da eben braucht Ohne dass es eigentlich irgendwie jemanden stört Man kann natürlich auch um einiges weiter weg bauen Der Stürze ist recht klein Aber mich stürzt so überhaupt nicht da Da machen wir uns noch eins Ja Oder noch ein Helm Sehr schön So Graue Ziegel Achso geht gar nicht Oh das wollte ich jetzt nicht Graue Ziegel Mehr 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 Wow das sind zu viele Habe ich das Gefühl Nein oder Da ist jetzt kein scheiß Auge da Da zieht nämlich doch schon einiges Nikes Sehr sehr viel sag ich einfach mal Und den kann man schon mal drauf gehen Komm schon wieder raus Scheiße Nein 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 Nicht drauf gehen Ich glaube dieses Feuer da heilt doch schneller oder Ja Nur mal so zur Sicherheit jetzt Und nochmal zur Sicherheit Warum ist das da drinnen Lass mich ja nicht verarschen Ihr seht das hat viel zu viel Leben Wie ist das denn da jetzt reingekommen Nein Ich will jetzt nicht sterben Das ist jetzt scheiße YOLO Oh Fuck Scheiße ich habe mir den normalen Stein gebaut Wisst ihr was Scheiß drauf Hauptsache ist jetzt erstmal von diesen Scheiß da sicher Boah Boah Puh Nein Das war grad so richtig dumm eigentlich Zum Glück ist das Ding so richtig dumm Ha Okay Okay sollte ich vielleicht nicht grad sagen Bin ja auch nicht irgendwie schlauer Ja So da wird sie Nein Oder Ach scheiß drauf Ja Zombies jetzt haut er mal ab Die nerven ja sowas von Okay Ich tue die ist in Ordnung Ah ja jetzt weiß ich noch was wir brauchen Da 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 Und zwar brauchen wir noch Graue Ziegelsteinwand Oh ja die sieht bestimmt auch voll geil aus Daraus können wir sogar mehr machen Daraus kann man schon mal so 112 machen Das ist ja kein Ding Ja Ja doch das passt doch vollkommen gut Ey also das ist richtig schön Jetzt ist die Aufnahme zwar schon 26 Minuten lang Aber Es lohnt sich doch oder? Das lohnt sich doch Okay Okay So das hier noch Ja So Das hier oben wird hier so das leichte mittelzimmer äh mittel Alter Alterliche Zimmer Ich hoffe es wird bald wieder Tag Alter es geht hier voll auf den Sack hier dieses Nee oder Wegen einem Müssen wir jetzt hier wieder runterlatschen Müssen wir uns doch mal so einen scheiß Stein machen oder zwei Nochmal einfach zwei Nochmal einfach zwei Achso wir eins hätte auch wirklich gereicht Zufall Oh Oh den hätten wir aber auch von da oben rausnehmen können Ganz geil Dankeschön So jetzt sieht das doch viel viel besser aus Eine Tür wäre jetzt aber nicht schlecht Von der Tür müssten wir aber eigentlich genug Holz haben oder? Das ist schon Holz Oh ne das ist Dreck Das ist Holz Okay Okay Achso Achso Okay wartet mal Das sind Holz klappen jetzt Achso Achso Ich sage es euch Blasen uns noch das Gehirn Wir müssen jetzt hier mit denen Oh lol Die kann mal hier hinten so in den Hintergrund Ah Das sieht ja geil aus Das sieht ja mal nicht schlecht aus So ich würde jetzt habe ich hier noch gern Tag haben Wenn wir die nächste Aufnahme starten Okay sie verziehen sich Und ja damit bedanke ich mich fürs Zusehen Hoffe euch hat dieser Part wieder gefallen Und ich würde sagen bis zum nächsten Mal Leute Ciao